Frank Thelen, Dirk Müller, Kathy Wood, miese Fonds-Performance Die hochriskanten Fonds von Frank Thelen und Kathy Wood enttäuschen auf lange Sicht. Auch der passive Dirk-Müller-Fonds läuft mau im Vergleich zu einer simplen Anlage im Nasdaq. Von Claudio Kummerfeld Frank Thelen, Dirk Müller und Kathy Wood haben eines gemeinsam. Jeder hatte seine eigene Fan-Community und bei allen scheint die Euphorie irgendwie verblasst zu sein. Wer als Privateinleger einfach direkt in den Nasdaq, NVIDIA, ARM oder Meta investiert, der braucht keine Gurus mehr? Wollen wir an dieser Stelle mal schauen, wie sich die Fonds dieser einst gehypten Persönlichkeiten entwickelt haben im Vergleich zu Referenzmärkten. Sie wollen mehr darüber erfahren? Den vollständigen Artikel können Sie auf finanzmarktwelt.de lesen.